Hallo und herzlich willkommen auf Beatmaking.de. Mein Name ist Paul der Held aka PDH Beats und in diesem Video soll es mal darum gehen, warum es sich lohnt WAV Trackouts bzw. Stamps von Beats zu kaufen. Welche Möglichkeiten mehr man damit hat bzw. dein Mix- und Mastering Engineer vielleicht mehr damit hat, aber mehr dazu nach dem Intro. Ja, doch bevor es losgeht, mal wieder Werbung in eigener Sache. Du weißt ja, hier so viele Leute schauen diesen Kanal, sind aber noch keine Abonnenten und wenn du mich unterstützen möchtest, dann lass mir doch gerne ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast und bei der Gelegenheit drück auch gleich den Daumen nach oben rein, denn das unterstützt mich sehr bei meiner Arbeit. Gut, wollen wir jetzt aber gar nicht langweilig da rumquatschen, sondern gehen mal gleich zu FL Studio, denn da habe ich was Kleines vorbereitet. Hier sind wir in FL Studio und zwar habe ich hier so ein Projekt geöffnet mit einem guten Beat von Ventis und der hört sich so an. Ist auf jeden Fall ein richtig nicer Beat, aber ich habe ihn gefragt, ob ich die Trackouts bekomme und habe dann folgendes im Mix draus gemacht. Der Beat hört sich viel räumlich breiter an, die Drums setzen sich viel mehr durch und das ist nur möglich, wenn man tatsächlich auch die Trackouts hat. Und wenn du dich fragst, wie kriegt man das denn hin mit den Trackouts, wenn du das auch selber machen möchtest, wenn du deine Tracks beispielsweise selber mischt, dann zeige ich dir das Ganze. Also ich habe hier die einzelnen Spuren, die mir Ventis geschickt hat in FL Studio und die habe ich dann halt alle erstmal auf einzelne Mixer Tracks gelegt. Und ganz wichtig, im Master Kanal habe ich einen Limiter, wo ich einfach das Ceiling auf maximal gestellt habe, sodass er eigentlich nicht greift. Saturation auch so gelassen, wie es war und Gain etwas erhöht, hier auf 5,6 dB. Es macht das gesamte Signal einfach nur lauter, was wir am Ende haben. Das ist wichtig, weil wir das Ganze dann in den Soft Clipper reinschicken und dieser Soft Clipper macht so diesen typischen Trap Sound, wo man so die Drums hart hat. Ihr müsst euch vorstellen, da ist halt eine Transiente, eine Welle von der Kick beispielsweise und die wird oben durch den Soft Clipper einfach so wie abgeschnitten. Und dadurch kommt einem das gesamte Signal lauter vor. Das ist eigentlich das gesamte Geheimnis hinter richtig fetten Drums. Wenn wir mal hier auf die Kick gucken im Mixer, da habe ich halt nichts drauf, da ist kein einzelner Effekt drauf. Auf der Snare allerdings habe ich einen Effekt drauf und zwar einen Low Cut. Ich habe einfach die ganzen tiefen Frequenzen weggeschnitten, die unnötigerweise auf der Snare drauf waren. Das kann man bei jeder einzelnen Spur machen, damit kriegt man schon mal einen viel cleaneren Mix hin. Und dann habe ich die Snare noch um einiges lauter gemacht, weil die war mir in dem Mix von Ventus tatsächlich ein bisschen zu leise. Und auch die Hi-Hats, die haben mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach das Hi-Hat Pattern zu nehmen und einfach nachzubasteln. Ist natürlich nicht eins zu eins genauso nachgebastelt, weil in dem Hi-Hat Pattern, welches Original drin war, hatte man halt in den Velocities als auch in dem Panning wenig Variation. Und deswegen habe ich das Ganze einfach nochmal selber nachgebaut mit einer anderen Hi-Hat und dann einfach alles markiert und dann Alt-R drücken. Und dann kann man hier alles markieren und Alt-R drücken und dann kann man hier das Panorama und auch die Velocity etwas manipulieren, etwas mehr humanisen. Und dadurch wirken die Hi-Hats deutlich breiter. Das kann ich hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal als kleinen Zwischentipp mitgeben. Und alles, was ich ansonsten noch gemacht habe, ist eigentlich nur die 808s und den Sub-Bass bzw. den Live-Bass leise gemacht und auch die Live-Drums, die noch später drin sind, etwas bearbeitet, weil die etwas sehr rausgestochen haben. Und dadurch ist der Mix einfach hier etwas mehr ausbalanciert. Ich habe hier Tonal Balance Control am Anfang einfach mal über den Beat drüber laufen lassen und in der fertig gemixten Variante habe ich halt gemerkt, der Bass war deutlich überbetont. Als letzten Schritt für die Melodie habe ich einfach nur nochmal ein bisschen Vintage-Verb draufgelegt, weil die Melodie an sich, ich solo die mal, Achtung. Und das sind die Gründe, warum es sich auf jeden Fall lohnt, sich die Stamps bzw. die Trackouts von einer Beat-Lizenz zu holen. Einfach weil man so viel mehr draus holen kann und wenn man wirklich diesen professionellen Sound haben möchte und in den Playlisten landen möchte, wo die Newcomer sind oder vielleicht auch die bekannteren Rapper, dann braucht man einen Sound, der qualitativ hochwertig ist. Das ist einfach der Schlüssel, um Erfolg zu haben in diesem Business. Ja, das war es mit dem Video für heute. Vergesst nicht, mir eine positive Bewertung dazulassen, wenn es dir gefallen hat und lass mich in den Kommentaren gerne mal wissen, was du als nächstes hier auf diesem Kanal sehen möchtest. Wenn es dir so gut gefallen hat, dass du sagst, ey Mann, dieser Tipp ist so super hilfreich, den sollte unbedingt mein Producer-Kollege oder mein Rap-Kollege erfahren, dann lass es ihn wissen über die Teilen-Funktion, denn das ist tatsächlich bei YouTube der beste Support, den man einem Content-Creator geben kann. Und ich würde sagen, jetzt geht es zur Endcard. Ja, vielen Dank, dass du das Video bis hierher angeschaut hast. Wenn du mich abonnieren möchtest hier in der Mitte, falls du es noch nicht getan hast, dann tu das doch. Hier oben verlinke ich dir nochmal mein 808-Tutorials auch in FL-Studio und ganz unten kommst du zur Beat-Playlist. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, bis bald. Ciao.